Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer Folge Dead by Daylight. Ich würde sagen zu einer neuen Folge Dead by Daylight, aber das neue ist irgendwie untergegangen. Und Adapt Challenge. Ich versuch's mit Jake. Ihr seht, ich hab nur seine drei einzigartigen Talente dabei. Welche da wären, in Kurzfassung. Eiserner Wille. Hätte ich das Typ... Ich kann heute nicht reden. Das war jetzt eine Mischung aus Talent und Perk. Eiserner Wille. Ich wäre komplett lautlos, wenn ich verletzt bin. Auf drei. Habt ihr das jetzt überhaupt verstanden? Also hätte ich Eiserner Wille auf Stufe drei. Wäre ich, wenn ich verletzt wäre, komplett lautlos. Oh mein Gott. Ich hab's aber nur auf zwei, bin deshalb nur ein bisschen leiser. So, das nächste Perk von ihm ist Seelenruhe. Ich schreie nicht, wenn ich geschlagen werde, wenn ich geschockt werde, wenn ich aufgehangen werde. Oder wenn ich vom Klauen mit seiner Duftwolke getroffen werde. Ich dürfte rein schrittisch nicht schreien. Und das dritte Talent von Jake ist Saboteur. Kann Haken sabotieren. So sieht's aus. Mal sehen, ob ich davon... ...irgendwas verwenden kann, was wem nützt. Saboteur könnte vielleicht manchmal ganz gut sein. Seelenruhe ist nicht schlecht gegen den Klauen. Mal sehen, ob ich das auch beweisen kann. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber... ...weil es würde ja bedeuten, dass ich gejagt werden würde. Es war ein chaotischer Einstieg in das Video. Ich hoffe, die Runde wird weniger chaotisch. Genau, und weil ich keine Selbstversorgung mitnehmen kann. Ihr kennt mich, ich spiele immer mit Selbstversorgung. Ich stehe dazu. Ist mir egal, was Leute sagen. Ob das ein Anfänger-Perk ist oder nicht. Ist mir egal. Da habe ich mir wenigstens ein Medikid mitgenommen. Mit dem ich mich eigentlich zweimal hochheilen können müsste. ...glaub ich. Kein Totem. Ja. Wir machen mal Generatoren weiter. Ihr könnt übrigens... Es gibt genug Internetseiten, wo ihr die ganzen Talente auch nochmal nachlesen könnt. Wenn ich es nicht vergesse... ...packe ich das vielleicht in die Infobox? ...aber nagelt mich nicht fest. Ansonsten sollte ich es vergessen, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich es nachträglich nochmal rein. Es gibt da quasi... ...ein Wikipedia für Dead by Daylight. Da sind alle Talente erklärt. Was die können, was sie tun, was sie machen. Ich gebe hier immer nur die Kurzform. Weil es halt auch ein Unterschied ist, auf welcher Stufe habe ich das Talent. Und ich weiß nicht so richtig, was die Aufgabe des Clowns ist. Wir werden sehen. Vielleicht ist aber auch die... Die Fang ist es, glaube ich, die Jagd. Vielleicht ist sie auch einfach richtig gut. Und er kriegt sie nicht. Oder der Clown übt noch. Oder er hat irgendeine Aufgabe, dass er die Leute einfach nur zum Schreiben bringen muss. Er hat ihren Anlass erwischt. Das ist wieder die Kate. Vielleicht ist sie in die Fläsche gesprungen. Hallo, Fang. Du hast den drei Generatoren hingehalten. Richtig gut. Mal sehen, ob Jake unser erster Survivor sein wird, mit dem wir die Adept Challenge schaffen. Ich hätte sabotieren können. Und wir sollten uns auf Nöt gefasst machen. Das befürchte ich ehrlich gesagt immer... Bei Killern, die wenige Haken schaffen. Und das klingt immer so böse. Ich bin selber jemand, der nicht oft Killer spielt. Ich kann das selber nicht. Gerade in höheren Rängen, wo ich ja unterwegs bin. Deswegen, wenn ich sage, der Killer kriegt keine Haken. Ich meine, das ist nicht böse. Es ist abhängig von Runde zu Runde, wie man es schafft, Leute zu kriegen. Und so. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt. Heute ist es ganz schwierig. Ich kann heute nicht richtig reden. Ich kann mich nicht richtig kommunizieren. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht sabotieren kann. Oh, nicht, dass wir die Runde jetzt noch schmeißen. Zum anderen Tor. Irgendwo hier drüben. Das kann halt auch passieren, ne? Dass die... Oh, das war knapp. Dass die Überlebenden sich zu sicher werden. Was macht sie im Keller? Dass die Überlebenden sich zu sicher werden ihrer Sache. Und deswegen am Ende alle noch sterben. Es tut mir echt leid jetzt für die Kate. Fangen ist auf dem Weg zur Rettung. Ach, das schon. Den Ausgang. Ich bin ein genauso wichtiger Teil. Oh, der Killer ist am Keller. Die Kate muss... Die stirbt halt jetzt. Es tut mir echt leid. Und... Ich weiß nicht, wo sind die anderen. Ich weiß nicht, wo sind die anderen. Wenn der Killer jetzt Blutwächter hat, dann... Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, aber ich habe die Adapt-Challenge geschafft. Errungenschaft freigeschaltet. Geschickter Jake. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte ein bisschen altruistischer spielen müssen. Ich weiß. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich habe aber beide Ausgänge aufgemacht. Ich habe einen wichtigen Job getan. Aber... Letzten Endes... Ich habe die Adapt-Challenge geschafft. Ich freue mich so mittelmäßig. Es war nicht so eine schöne Runde. Ich habe es geschafft. Okay. Das zählt. So. In diesem Sinne. Ich weiß noch nicht, welchen Survivor ich als nächstes versuche zu adapten. Das werden wir sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.